Las Vegas sollte es sein. Sigrid und Rolf haben es ja schließlich auch geschafft, die beiden Zauberer. Sigrid war auf einem Schiff, hat da so Kaffee gebracht für die Leute und der Rolf hat den gekocht, der war Schiffskoch und da haben die sich kennengelernt, hier auf dem Meer. Ja, hat der, hat der, bedient die Leute, der eine. Ja, guten Tag, was darf es sein? Ja, noch ein Kaffee hier, die Dame, ja. Hier noch, ja, die Dame auch ein Kaffee, ne. Ja, nur hier noch ein Kaffee, ja, da auch noch ein Kaffee, sind schon zwei Kaffee, ne. Ja, ne, heiß, ja, heißer Kaffee, ja. Ja, der Herr ein Kaffee, ja, Kaffee Haag, ja, haben wir auch, ja. Ach, die Dame doch auch, dann Haag, ja. Zwei Haag, ein normal, ja. Ja, der Herr, ja, noch auch noch ein Kännchen haben wir auch, ja, immer Kaffee, ja. Ja, du Jungen, Apfelkuchen, ja, wir haben Apfeltorte und Apfelkuchen, gedeckten Apfelkuchen und Apfeltorte war noch keiner drüber. Ja, ja. Mit Sahne, ja. Jawohl, eine gute Wahl. Und hier, die Dame noch einmal, Miraculi, ja. Ja, gut. Dann hier noch eine Ananas, ah ja, sehr schön, eine ganze Ananas, ja, und ein Messer, gut. Ja, und Sie? Aha, nix. Aha, wenn nix kriegt, der kann gehen. So. Rolf, hier die Bestellung. Aha. Zwei Kaffee Haag. Und so weiter. Ich will das jetzt abkürzen. Hämmer, ich hätte eine Idee. Ich habe gehört, du kannst ein bisschen zaubern. Ja. Du auch? Ja. Ich auch. Hast du eine Katze? Ja, ich habe eine Katze. Können wir vielleicht mit zaubern, ne? Ja, können wir zaubern. Auf nach Las Vegas. Auf nach Las Vegas. Und dann waren die über Nacht berühmt mit der Zaubershow. Katze verschwinden lassen in den Sack mit Steinen drin in Eimer Wasser. Das war ihre erste Nummer. Aber ich muss sagen, der Katze ist kein Haar gekrümmt worden, denn das ist nur Illusion. Das stimmt gar nicht. Zauberei gibt es nicht. Also es gibt es wohl, aber das ist alles, was man meint, was man sieht, das stimmt gar nicht. Ist ganz anders, wird das gemacht? Das wird ganz anders gemacht. Lebewesen sind eigentlich gar nicht, die leben gar nicht. Das ist nur Illusion. Das ist Sperrholz, Pappmaché und so. Marzipan, auch wird auch viel mit Marzipan gearbeitet. Und mit Frikadellen. Und wenn jetzt in der Zaubershow einer durch so eine Kreissäge geht, die so sich dreht, geht hier einmal durch, dann als zwei Hälften und dann da auf einer Seite ankommt und dann so macht, la 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 la, weil das ihm nicht wehtut, obwohl man ihn jetzt in zwei Hälften hat. Und dann klappt er auf und dann sind hier die Schubladen mit den Organen drin. Und dann kommt ein rosa Elefant, kommt daher auf so einem kleinen Roller. Dann wird aus dem Roller plötzlich eine Blume und die Blume stinkt total. Also sind so Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, die eigentlich nicht möglich sind, sind durch Zauberei möglich. Dann fliegt jemand so durch die Halle und macht so und dann, damit man auch sieht, dass der nicht an Drahtseilen ist, sind die Drahtseile mit so schwarzer Pappe verkleidet. Oder so ähnlich. Und der liegt auf so einem Brett, ist angeschnallt und an den Armen sind so Seile und damit machen die dann so oben. Und so hat alles seinen Sinn. Aber die größte Illusion ist die, die durch Spiegeln so gemacht wird. Wenn die zum Beispiel zu Hause sitzen, Sigrid und Rolf, in ihrer weißen Garnitur, Sigrid hat seinen weißen Kaubeheranzug an mit den Fransen und den Kunststoffstiefeletten, mit den hohen Hacken und sitzt da auf der Couch und häkelt, häkelt Topflappen. Für Rolf, damit Rolf ihn mit den Topflappen mal anpacken kann. Und der weiße Tiger, der ist ja ganz berühmt, der sitzt da in der Ecke, so ganz missmutig. Der hatte Geburtstag und hat sich was gewünscht und zwar eine Hütte, eine Hundehütte für sich selbst in dem Wohnzimmer, weil der sich immer so, ja, der wollte auch mal so einen eigenen Raum haben und dann hat er eine Hundehütte gekriegt, aber die ist so klein, die ist ganz auf dem Kopf, pappt die so fest. Die steht so hoch. Da haben sie nicht viel Geld ausgegeben. Das ist für einen Zwergpinscher eine Hütte. Und dann der Tiger hat so einen dicken Kopf und außerdem haben die immer, Tiger sind sowieso komische Menschen. Die machen überall hin, ne? In der Wohnung. Auf jeden Fall diese häusliche Szene. Ach so, Rolf hat sich aber vor den Kühlschrank gelegt und lässt sich volllaufen. Und diese häusliche Szene wird durch Spiegel so verfremdet. Da ist hier ein Spiegel, da ein Spiegel, dann noch einer, dann so ein runder Spiegel, dann ein Hohlspiegel, dann kommt plötzlich so eine schwarze Wand, und dahinter geht es anders weiter, dann so ein geriffelter Spiegel, dann geht es durch so ein Lochbrett. Durch diese Verfremdung und diese ewigen Spiegel wird durch den unterirdischen Gang, der zum Hotel geht, der vielleicht so drei Kilometer oder so wohnen, die vom Hotel entfernt, an so einem kleinen See, und dann wird das durch die Spiegel so auf die Bühne projiziert, dass in dem Moment, wo die da zu Hause sitzen, kommt plötzlich irgendwie eine Wolke und da sitzt eine Frau drin mit einem Kopftuch und einer randlosen Brille und einer Erdbeernase und die schüttelt so ein Kopfkissen aus, wo so Federn rausfallen und wenn die Federn auf dem Boden landen, sind das Tänzerrennen vom Fernsehballett. Und das ist nur durch diese Illusion, durch diese Verfremdung, durch die Spiegel, die an verschiedenen Stellen aufgestellt sind. Also im Fernsehen wird sowas nicht mehr gezeigt, weil die Leute das ja sowieso nicht glauben, dass das Zauberei ist, weil das ja auch harte Arbeit ist. Und die Tricks sind ja teilweise auch verraten worden. Ich habe ja auch gerade einen verraten. Zum Beispiel der eine Trick, den kann ich kurz verraten, wo aus dem Elefanten Moped wird. Das ist ganz einfach. Da nimmt man einen Elefant und führt den so auf die Bühne und dann macht man plötzlich dunkel im Saal und dann muss der Elefant schnell weg und dann nimmt man ein Moped, stellt das da hin und dann macht man wieder Licht an. Und das muss so schnell gehen, entweder ganz schnell gehen, dass die Leute das gar nicht mitkriegen oder man muss die Leute ablenken, sagen wir, indem man, sagen wir mal, in einem anderen Teil der Halle beispielsweise hackt jemand einen anderen Kopf ab oder so. Da sind die natürlich erst mal erschrocken, gucken alle da hin und dann, hey, hey, hier! Das Moped. Das mit dem Kopf abhacken. Das ist auch genauso gemacht wie das. Da muss man nur in dem Moment, wo der den Kopf abhackt, wird Licht ausgemacht wieder. Dann muss der mit dem Elefanten abgelenkt werden. Das ist wie so eine Zwickmühle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wie so eine Zwickmühle. Vielen Dank.